Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von mir für euch. Heute spielen wir Suchen und Zerstören auf der Map Array. Ja, ich möchte euch ein bisschen zeigen, welche Wege kann man oder sollte man gehen, welche sollte man vielleicht vermeiden, welche Fehler kann man vermeiden, denn es ist mir auch gefallen, dass ja einige Spieler aus dem Gegnerteam sich ein bisschen dumm verhalten und deshalb wollen wir auch gar nicht lange schnacken und fangen am besten gleich mal an. Also ich spiele in dem Fall wieder mit der Farmers und ja, also es ist wirklich so, man sollte sich so ein paar Punkte suchen, wo man weiß, okay, da steht häufig einer und ich hatte recht, da vorne, da steht immer einer, genauso hier, wo ich stehe, steht normalerweise immer einer. Also wir hatten eigentlich denselben Gedanken, bloß aus einer anderen Perspektive so. Er ist aber so blöd, dass er einfach nicht weggeht. So, gut, mache ich, den Abschluss nehme ich gerne mit. So, jetzt die Granate, es ist fast immer so, dass ein zweiter da ist und da, ganz wichtig, versucht auf dieses Auto zu werfen. Weil meistens legen die sich in der Nähe des Autos und wissen gar nicht oder vergessen, dass das Auto explodieren kann und die fliegen fast immer in die Luft. Also ganz wichtig. Kann man nur noch mal dazu sagen. Ja. Nun gut, jetzt mache ich eigentlich, ich helfe ihm jetzt hier unten. Äh, ich mache das eigentlich gerne, also ich helfe gerne meinen Leuten, wenn die sagen, oder wenn die eben da, wenn ich die reviven kann, warum soll ich es nicht machen. Aber ich weiß, dass viele auch nicht machen und ich finde es dann auch blöd, wenn manche schreiben, los, macht, macht, ich, ihr müsst, man muss gar nichts. Also, es sind aber zum Glück nur so wenige, äh, die des Perk, ne, das ist ein, was ist das eigentlich, kein Perk, sondern, ähm, ach, ist ja auch egal. So. Und ich gehe wieder jetzt hier den Weg. Ich gehe wieder diesen Weg. Weil, es ist ja meistens so, die Hälfte der Leute geht auf A und die Hälfte auf B. So. Mein Team ist zwar, es war auch so schlau, zwei sind jetzt bei A, zwei sind durch den Tunnel in der Mitte gegangen und, ähm, ich bin direkt über die linke Seite gegangen. So. Plente jetzt hier, da ich mich eigentlich relativ sicher fühle, da die anderen beiden, wie man ja auf dem Radar sieht, ja, da, äh, mich decken. Wobei, von hinten hätte natürlich rein theoretisch jemand kommen können und mich holen können. Habe ich jetzt in dem Fall mal Glück gehabt. So, jetzt wollte ich, jetzt stelle ich hier eine Claimor hin. Und, ähm, ja, wir gucken jetzt so ein bisschen, wo einer ist. Ich dachte, da hätte ich jemanden gesehen. Ist aber nicht so. Und, ja, weiß ich auch nicht, warum die nicht schießen oder messern. Keine Ahnung. Ist halt so, vielleicht, ist halt so, weiß ich auch nicht, äh, zu Search and Destroy allgemein. Ich mag diesen Spielmodus eigentlich nicht. Ähm, weil es kommt total immer auf dein Team an. Entweder dein Team ist gut und stellt sich schlau an oder es stellt sich dumm an, ja. Und ich habe jetzt hier eben Glück. Äh, ich habe ein Team erwischt, was relativ schlau ist. Zusätzlich hatte ich noch eine gute Runde. Und dann funktioniert das halt auch. Und jetzt, jetzt, das ist meine Lieblingsstelle. Äh, äh, weil ich habe es gerade eben gespielt. Ich habe jetzt gesagt, gut, ich nehme jetzt diesmal direkt einen, äh, Commentary auf. Ähm, die sind so, die sind gar nicht mal dumm. Die sagen sich natürlich jetzt, dieser scheiß LPK ist immer beim Punkt B. Ja? Und deshalb waren gleich zwei Mann da. So, einen konnte ich holen und der andere wurde von meinem Teamkollegen geholt. Das, also, das fand ich richtig lustig. Also, da dachten sie, jetzt sind wir mal schlau, aber das hat sich als Fehler ja rausgestellt. Hier mache ich eigentlich einen Fehler. Ich plente im Stehen. Dumm. Einfach nur dumm. Im Stehen zu plenten ist eigentlich Käse. Sollte man eigentlich nicht machen. Denn häufig ist es eben so, dass, wenn man steht, dann ist man halt, ist ja logisch leichter sichtbar. So, jetzt hatten wir hier gerade einen Break drin. Ich, ihr habt nichts verpasst. Es war einfach nur Halbzeit. Und, oder Seitenwechsel. Und, ja. Jetzt geht es eigentlich nochmal weiter. So, jetzt sehe ich, ähm, auf meinem Radar, okay. Da, schon wieder. Jetzt wollte er über B gehen. Jo, hat er nicht geschafft. Weil, ist es einfach so, die denken dann ja, ich gehe denselben Weg wie der andere. Der hat ja damit fünf oder sechs Kills gemacht. Das funktioniert aber meistens nicht. Ähm, man sollte halt schon eine eigene Taktik haben. Man muss natürlich individuell, äh, auch entscheiden können, gut, ich gehe jetzt anders lang, weil es keinen Sinn macht. Aber einfach jetzt, äh, so zu laufen wie ich und zu denken, ja gut, das wird schon. Das ist natürlich Käse, das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Also, zur Map an sich eigentlich mal, ich mag die Map. Also, ich finde sie eigentlich ganz gut. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Ich denke mal, 8 zu 0 ist gut. Ähm, hätten Merkels sein können, aber da sind erst nach und nach noch ein paar Spieler gejoint. Und dann wünsche ich euch wieder mal ein paar schöne Tage. Bis dann, ciao.